hallo und herzlich willkommen zu mr lukzok pro cycling manager 2021 es geht weiter in unserer karriere mit dem team kubeka assos wir befinden uns gerade bei etappe nummer 11 von der spanien rundfahrt die wird uns natürlich erst einmal noch ein wenig begleiten dann haben wir noch ein klassiker britannien fest zudem die bing bang tour müssen wir mal schauen ob wir die heute auch schon angehen ja das ist so das was in nächster zeit ansteht jetzt zunächst aber einmal die spanien rundfahrt etappe 11 mögliches profil mit einer schlusssteigung als favoriten stehen hier die gc kandidaten auf dem programm das heißt lennart kempner jukazi und co ich kann mir aber vorstellen dass wir hier mit simon clark definitiv auch eine rolle spielen können bei der etappen ankunft das profil ist doch ein bisschen anspruchsvoller als ich dachte wenn man sich das im detail mal betrachtet und auch schaut wie das rennen hier gefahren wird also die top teams nehmen hier doch das feld ganz schön auseinander also hier sind noch 150 leute dabei ist schon klar aber ich meine kräftetechnisch so dass das auch gleich spätestens glaube ich an dem zweier anstieg puerto de lukubin dazu führen wird dass hier nur noch die besten vorne sind die schlusssteigung die letzte rampe wird ja auf den letzten 600 metern steiler aber ansonsten hätte ich schon gedacht das wäre was für clark oder maurie schmidt bei einem klark hat heute neutralen tag mit null tagesform der meine fresse geht das hier gerade ab der wird da aber nicht um den sieg mitfahren können das sehen wir jetzt hier schon maurie schmidt das unsere beste karte aber auch der ist jetzt hier schon am limit also hier fliegt jetzt gerade das feld vollkommen auseinander muss zusehen dass wir hier mit unseren jungs noch vorne dabei bleiben ich denke hier können die herren gleich auch nicht noch mehr gas geben aber das war schon mal gerade eine krasse selektion simon clark schafft wahrscheinlich hier auch nicht mehr über diesen kleinen hügel so ein fahrt puerto de lukubin und ja ineos macht ihr das tempo mit rohan dennis das peloton besteht nur noch aus 46 leuten immerhin hat mauro schmidt hier noch sean bennett und porzo vivo dabei ja ich denke auch die top 20 platzierung genauer gesagt der 18 rang von porzo vivo hat nach dieser etappe hier auch kein bestand mehr er wird nämlich hier gleich zurückfallen wenn jetzt nicht das tempo hier ja langsam bleibt aber ich gehe davon aus dass wir gleich noch mal explodieren und dann werden wir auch wohl mit mauro schmidt probleme haben da kommen die ersten attacken ich muss mich jetzt mit sean bennett hier ein bisschen mal nach vorne durch arbeiten dass mauro schmidt gut platziert ist wir haben jetzt hier ben o'connor vierter mdc der hat attackiert garen thomas denke ich sollte er kontrollierend sein bei hindley zweiter lennart kemmler ist aber aufmerksam aber ja kein team was jetzt noch so richtig kontrolle hier hat wahrscheinlich übernimmt jetzt buchmann so ist es buchmann erst einmal habe ich gerade gesagt denn jetzt nimmt er aber auch raus also das ermöglicht natürlich dann auch weitere attacken gerade dass wir nicht so richtig in der lage dazu sind hier zu attackieren jetzt wird hier wieder richtig hohes tempo angeschlagen mauro schmidt kommen halt durch das wäre doch tatsächlich schön wenn er hier dabei bleiben kann wingegard holt sich hier die bergpunkte jetzt geht es in der abfahrt rein dann ja leicht abfallend und dann die schlusssteigung ja schon bennett ist auch weg vom fenster auch nicht mehr relevant haben also nur noch mauro schmidt dabei bei den besten 30 auf dieser etappe so ich versuche jetzt mal mich an lennart kemmner ranzugehängen habe ich mir gedacht sind wir am hinterrad jawohl der leader in der gesamtwertung ja mehr als das können wir glaube ich ohnehin nicht machen versuchen uns hier so weit wie möglich hochziehen zu lassen aber mauro schmidt hat keine chance auf den sieg hat sich abgesetzt der sieht hier aus wie der sichere sieger dahinter ja wir können nicht mehr folgen kemmner kommt auch nicht ganz vorne rein outpult gewinn von garen thomas und gorka isagire ist aussieht jawohl ich denke die sind alle zeitgleich ich bin mir nicht sicher ob lennart kemmner zeit kassiert hat danach dann jetzt hier mauro schmidt vierzehnter gutes ergebnis kann man nicht sagen ist eine kleine lücke gerissen hochmann und co die haben auch zeit verloren jay hindley zum beispiel als zweitplatzierte derzeit kassiert ich denke sonst sollten wahrscheinlich die wichtigsten vorne dabei sein ich versuche hier noch mal auf den letzten metern mit potzo vivo das beste daraus zu machen der sprintet noch mal in richtung ziel wofür auch immer es am ende noch gut sein wird kurzer blick auf die gesamtwertung hier sehen wir jetzt tobias voss ist zweiter und jay hindley auf den dritten rang zurückgefallen ansonsten gab es glaube ich keine großartigen veränderungen jaren thomas nun siebter mit vier minuten sieben rückstand simon geschke immer noch super platziert also das fände ich schon krass wenn simoni hier top 6 oder generell auch top 10 bleiben würde bei einer grand tour yukathi rang 10 6 minuten 4 er hat ja einmal auf der windetappe so viel zeit kassiert ich glaube ansonsten wäre natürlich von seinen kletterfähigkeiten eigentlich einer fürs podium gewesen potzo vivo weiterhin auf platz 18 in der punkte wertung ist jens wald pult durch seinen sieg erster das natürlich nicht so schön ich hoffe mal wir können auf genügend etappen die nicht so bergig sind mit nizolo noch punkte machen weiter geht's etappe 12 auch ein hügeliges profil das ziel ist allerdings im flachen sollte für nizolo aber definitiv zu anspruchsvoll sein ja theoretisch auch wieder was für clark oder schmidt wenn die eine gute tagesform haben favoriten technisch stehen wir jetzt hier gar nicht auf dem plan eher leute wie kran andersen parry paintre rob stannert und natürlich auch wieder wald pools ja das wird also denke ich schwierig werden für das punkte trikot unsererseits so wir befinden uns jetzt mitten im anstieg ich rechne ehrlich gesagt gar nicht damit dass die gc leute hier großartig attackieren muss ich sagen weil dafür ist er glaube ich einfach nicht schwer genug aber ja nizolo wird das nicht überleben ich hoffe mal dass mauro schmidt oder simon clark hier am ende aus einer reduzierten gruppe dann um den sieg mit sprinten können jetzt wird steil jetzt wird steil und jetzt kommt sicherlich auch drauf an hier vorne dabei zu sein so bislang sieht das noch gut aus wir fahren mal auf der linken seite hier nach vorne pot zu vivo hat leider den anschluss verloren händle kann nicht mehr ja es flacht aber gleich wieder ab also war schon am überlegen ob das jetzt für die gesamtwertung irgendwie krasse auswirkung hat versuchen wir jetzt hier einfach mal was ich bin gerade ein bisschen versucht hier was zu starten aber ja ich fahre hier glaube ich einfach mal so weiter vor zu vivo ist noch dran hier sprinten jetzt ein paar leute um die bergpunkte ja ganz ehrlich die fünf punkte sind es eigentlich auch nicht wert oder das ist nicht wichtig für uns 21 mann gruppe und ja wen haben wir denn jetzt hier so abgehängt benno coller im gc platz 4 also ok da waren doch deutlich mehr auslese dabei als ich dachte aber halt weil ich das herbeigeführt habe formulo attackiert jetzt in der abfahrt der darf natürlich nicht wegkommen und hier noch sprint starke leute anodema anodema als ob ja mit sicherheit ja ich komme nicht darauf klar anodema soll hier angeblich den anstieg überlebt haben und auch so wie ich den gefahren bin und das halte ich jetzt eher für ein bisschen unrealistisch wenn der nachher den sprint gewinnt dann fresse ich ein besen so campenaz zieht hier jetzt weiterhin an ich nehme jetzt einfach mal mauro schmidt gleich als anfahrer kommen kann campenaz hier noch ein bisschen weg blocken mauro schmidt 1,4 und simon clark sprintet jetzt los auf dem letzten kilometer anodema kommt auf der linken seite anodema gewinnt tatsächlich diese etappe ich fasse es nicht und simon clark wird es weiter ja natürlich wir haben es eigentlich perfekt gemacht würde ich sagen das kann doch nicht wahr sein was für eine form ist er denn wie kann denn anodema diesen berg überleben wenn ben o'connor und jay hintley nicht mal dabei waren ich komme nicht drauf klar gucken wir mal gleich was sich in der gesamtwertung jetzt getan hat weil ich glaube da gab es schon jetzt mal deutlich abstände so die erste gruppe von 20 leuten ist jetzt zeitgleich ins ziel gekommen simon geschke war ja im gc auch noch sechster glaube ich 55 sekunden was haben wir hier noch so ben o'connor gleiche zeit rey hintley zwei minuten und drei genauso wie daniel martinez auf einer etappe das finde ich schon ziemlich heftig also vielleicht brechen die jetzt formtechnisch ganz schön ein dann sollten die in den im hochgebirge aber noch deutlich mehr zeit kassieren würde ich mal sagen bei gesamtwertung bedeutet das nun rey hintley verliert deutlich mehr zeit ist jetzt nicht mehr so nah an foss und kemner dran pro zu vivo klettert von rang 18 auf 15 vor jetzt haben wir mal wieder eine komplette flache etappe ich hoffe doch mal ja dass wir hier jetzt bessere chancen haben werden anodema zu schlagen ich komme ehrlich gesagt immer noch gar nicht darauf klar dass er die etappe gerade gewonnen hat er hätte ja gedacht wenn er wirklich so gut irgendwie drauf ist oder in das spiel so unrealistisch dass er diesen anstieg vorne überlebt dass er dann wenigstens keine kraft mehr hat für den sprint aber er hat ja eigentlich ziemlich souverän da auch noch im sprint dann von auf jeden fall ja ni solo sucht natürlich jetzt noch mal hier sein glück in anodema ni solo heute leider mit etwas schlechter tagesform für mich also ein bisschen fraglich ob wir anodema damit tatsächlich schlagen können aber ja wir müssen einfach das beste draus machen aber egal wir konzentrieren uns jetzt aufs rennen wir haben noch drei kilometer und simon clark jetzt als ja vorletzten anfahre mit dem gehe ich zwei kilometer vor ziel mal raus barbero kann nicht so ganz folgen das kostet natürlich viel kraft barbero geht jetzt unter ni solo zuletzt der kann das glaube ich nicht bis zum ende durchziehen da kommt noch mal kevin tisch an reicht das noch yes hui es reicht und demar ist weit und breit nicht zu sehen was hier denn los ähm ok kommt anodema auf rang 16 ins ziel ui ja unverhofft ganz deutlich gewonnen trotz dass wir nicht die besten voraussetzungen hatten aber schön angezogen ich bin immer wieder erstaunt was für einen krassen antritt simon clark hat so giacomo ni solo fährt seinen nächsten sieg ein vor mark kevin dusch und christoph laporte und das führt auch jetzt erfreulicherweise dazu dass wir die punkte wertung wieder übernommen haben mit ni solo 18 punkte vor wald pools und 19 vor anodema auf etappe 14 wird es jetzt aber ja leider aus unserer sicht wieder deutlich bergiger bergankunft auf dem pico verjuercas wie man sich es natürlich denken kann sind auch hier wieder kemna acazi schools und so weiter favorisiert vielleicht versuchen wir es heute mal über eine ausreißergruppe ich habe es mehrfach versucht mit bozzurivo in die gruppe zu gehen das wurde leider nicht genehmigt die findungsphase ist aber immer noch nicht abgeschlossen aktuell haben wir jetzt hier holmes schmidt freile und adria vorne mit mauro schmidt in der gruppe wäre ich an sich auch zufrieden aber ja ich weiß nicht ob es schon dabei bleibt soll ich es vielleicht nochmal mit campenarts versuchen hier springen immer noch einzeln welche weg ich versuche es einfach nochmal so vorne jetzt eine ziemlich große gruppe unter anderem mit mauro schmidt und vinktor campenarts unsererseits das finde ich schon mal ziemlich gut wir müssen mal eben so ein bisschen sondieren wer hier noch so am start ist oma freile zum beispiel der träger des bergtrikots ist auf jeden fall mit dabei ich glaube ich kann das unterfang bergtrikot sowieso vergessen und mich eher auf einen möglichen etappensieg fokussieren ja wen haben wir sonst noch dabei pernsteiner verona adria tarameh gorka isagire 13 mann gruppe im dc ist glaube ich keiner von denen irgendwie gefährlich ich glaube der bestplatzierte war hier gerade alos verona knapp 15 minuten schade wenn ich pozzurivo da noch mit rein gekriegt hätte vielleicht hätten wir da ein bisschen zeit in der gesamtwertung gut machen können wenn wir hier mit der gruppe ins ziel kommen aber ist nun mal leider so gelaufen wie es gelaufen ist aktuell nur rund zweieinhalb minuten vorsprung also brauche ich mir erstmal noch keine hoffnung machen dass wir hier auch die etappe gewinnen können wir sind jetzt kurz vor der ersten bergwertung und ich benutze hier viktor campenarts jetzt natürlich mal als helfer für mauro schmidt die ausreißer gruppe fällt auch schon so ein bisschen auseinander die anderen sprinten jetzt hierzu der bergwertung hoch ich will einfach nur nicht den anschluss verlieren weil er holt sich hier die meisten punkte ziemlich erwartbar war das ganze würde ich mal sagen wir sind jetzt im nächsten anstieg hier und er geht aber richtig hier ans eingemachte 2,9 kilometer nur aber durchschnittlich 12,3 prozent also ja hier trennt sich jetzt richtig die spreu vom weizen campenarts kann nicht mehr folgen adria auch nicht mauro schmidt sieht aber noch sehr sehr gut aus der radar fällt zurück ich versuche jetzt mal mitzugehen nicht aufgrund der punkte sondern damit wir gleich nicht zeit kassieren auf die führenden wir sind jetzt bei freile und isagiere hier am hinterrand dran es kommt erst mal eine lange abfahrt campenarts wird jetzt am gipfel auch wieder vom hauptfeld eingeholt also ja da sind nur noch ein paar ausreißer übrig geblieben die spitze hat jetzt immerhin drei minuten vorsprung interessante situation hier vorne vorne ist oma freile rausgefahren und jetzt will hier keiner arbeiten ich meine ja gut von isagiere kann ich das natürlich verstehen da freile für astana fährt aber was mit den anderen beiden jungs warum soll ich hier der einzige sein mit mauro schmidt der was macht wir haben jetzt wieder in kurzer zeit richtig viel zeit kassiert und ach das hauptfeld ist gar nicht mehr so weit weg man wieder so ein taktisches geplänkel was neue rennsituation hier an der spitze vorne oma freile wurde wieder eingeholt und mobistar macht hier das tempo mit carlos verona für sergio samitier der ist glaube ich noch aufgeschlossen zumindest war der vorher in der gruppe von uns glaube ich nicht dabei mit schmidt wir fahren jetzt rein in den schlussanstieg 16 km lang durchschnittlich 6,5 prozent also nicht sonderlich steil aber hat auch maximale steigungsprozente von 12,2 prozent das hauptfeld ist immer noch zweieinhalb minuten zurück waut pools attackiert hier jetzt selbst jetzt wird natürlich das tempo dann angezogen irgendwie ein komisches rennen muss ich sagen so früh vorm ziehe jetzt eine attacke alleine ob er sich da nicht übernimmt aber ich meine pools hat nicht viel zu verlieren 12. an der gesamtwertung der geht natürlich dann eher auf den etappensieg hier ja ich befürchte mauro schmidt selbst wenn wir durchkommen sollten was ich noch nicht glaube wäre auch nicht in der lage dazu zu gewinnen seine power ist schon recht niedrig pozzovivo hat natürlich vorher auch kraft gelassen weil er versucht hat in die ausreißer gruppe zu kommen und hat eine minus eins heute also ja ansonsten hätte ich es mit ihm jetzt vielleicht nochmal versucht bei der schlusssteigung aber ich glaube wir sollten eher zusehen dass wir mit dem einigermaßen überleben ohne hier allzu viel zeit zu kassieren was anderes wird wohl vermutlich nicht drin sein mit ihm heute so die ausreißer werden jetzt gleich von jonas wingelgaard eingeholt und jay hindley attackiert jetzt jetzt geht hier glaube ich richtig die post ab mauro schmidt ist weg vom fenster ich versuche jetzt mit pozzovivo hier so gut es geht mitzuhalten gleich hat er auch keinen richtigen helfer mehr ist da völlig auf sich alleine gestellt mit den besten gc fahrern und le wurde gestellt pult auch ohne versuchen sie jetzt haben mit hier und o'connor knapp 25 sekunden in front vozzovivo ist noch dabei tobias forst zweiter in der gesamtwertung versucht jetzt hier lennart kemner zu attackieren buchmann macht das tempo im hauptfeld wo ist lennart kemner da ist er ist erst mal noch ganz solide im hauptfeld und lässt sein teammate hier arbeiten wir haben jetzt hier erst mal wieder ein kleines flachstück bevor es nachher noch mal ja etwas steiler wird aber ich glaube hier kommt es nicht zu großen zeitabständen jetzt hat buchmann fast die ersten drei wieder eingeholt jetzt wird es aber wieder steiler und die ziehen davon wo ist denn kemner zündet er jetzt spät noch mal ein turbo oder ist er heute nicht gut bei kräften aktuell hält er sich immer noch recht bedeckt ich befürchte das gelbe rote trikot schuldigung wird am ende weg sein und vaut pools sieht schon wieder so aus wo kam denn jetzt auf einmal wieder her mit so einem antritt als könnte er die nächste etappe gewinnen in dem moment wo ich das sage schießt hier de la cruz noch an danach haben wir frost ich glaube frost wird kemner das trikot abnehmen so wie es aussieht aber wir schauen erst mal wer gewinnt hier nachher die etappe ist es jetzt pools oder ist es jetzt della cruz ja quasi ein schneckenrennen bis zur ziellinie aber ich denke wenn da keiner mehr etwas zusetzen kann wird es wout pools machen was kommt auch nicht mehr ran jawohl wout pools gewinnt schon wieder eine etappe krasse wuelta von ihm foss wird dritter knapp 25 sekunden hat noch zeitbonifikation danach kommt vereinzelt welche aber leonard kemner ist nicht dabei kemner verliert so rund eine minute auf foss würde ich mal sagen irgendwas mit einer minute rückstand hatte foss auch ich glaube das sollte wahrscheinlich knapp reichen für kemner um das trikot zu behalten insgesamt war das jetzt schon der dritte etappensieg für wout pools bei der diesjährigen wuelta also gut ab ist echt gut in form der mann so wie sieht es mit den zeitabständen aus ja hat eine minute 5 auf kemner aufgeholt plus die zeitbonifikation das reicht noch sechs sekunden ist leonard kemner noch vor tobias foss das wird also ein spannender zweikampf danach haben wir ein duo o'connor und pared pain trifft von arge du sehr sehr stark auf den platzen drei und vier aber hindley nur knapp dahinter auch thomas noch in schlagdistanz jimann gestge weiterhin siebter hat sie auf rang 10 wout pools rang 11 vor zu vivo hat leider wieder ein wenig verloren fällt von rang 15 auf platz 18 zurück insgesamt in der punkte wertung hat auch mout pools die führung wieder übernommen und ich glaube so wie das derzeit läuft und mit der letzten woche die uns da bevorsteht haben wir da leider leider keine chance mehr das trikot zu gewinnen aber zumindest bis dato da kann sich ja auch noch was dran ändern haben wir mit ni solo natürlich schon zwei etappen gewonnen haut euch das hier mal an giro zwei etappen punkte wertung tour de france drei etappen punkte wertung welter ja leider nicht die punkte wertung denke ich mal auch wenn ich natürlich noch nicht kampflos aufgehebe das ist ja klar aber auch zwei etappen also perfekt was wir hier bei den grand tours mit unserem sprinter gerissen haben als nächstes rennen steht jetzt britannia classic crest france an ich muss sagen bei diesem teilnehmerfeld und dem team was wir hier aufstellen können ihr könnt ja mal einen blick darauf werfen entscheide ich mich jetzt mal dazu das zu simulieren denn ja ganz ehrlich werden wir keine chance haben ja ich glaube das wäre auch nicht viel anders gelaufen wenn ich das selber gespielt hätte egan bernal gewinnt hier vor einem astana trio hugelsang feline und aran burro und unser bestplatzierter fahrer auf rang 45 ist karl vacek haken wir das ding einfach mal ab und kommen wieder zur vuelta etappe 15 vier kategorisierte anstiege erste zweite erste kategorie bevor wir dann nachher eine dreier bergwertung haben und dann ja so eine leicht abfallende ankunft in richtung ziel nach el baracko und auch hier würde ich wieder versuchen mich in die ausreißer gruppe zu begeben gerne auch mit porzo vivo dreifach attacke hier von kubika asas wir versuchen es mit schmidt wisnjowski und porzo vivo mal gucken ob ja das hier von erfolg gekrönt ist ich würde jetzt erstmal natürlich versuchen von porzo vivo nehme ich jetzt hier mal raus und versuche mal wisnjowski von mir aus gerne zu opfern um die gruppe hier entstehen zu lassen aktuell bin ich noch nicht so davon überzeugt weil hier natürlich noch zig leute hinterher springen wollen und so ist es wir wurden wieder eingeholt leider ich versuche es mal noch mal mit den drei herrschaften mal sehen ob boah hier direkt hinterher fährt nee sieht gerade nicht so aus wir sehen vorne acht mann ja natürlich wir wollen uns hier auch beteiligen kommen wir fahren mal erst mal mit einer 85 hier durch die gruppe steht immer noch nicht immer wieder gibt es hier attacken was dazu führt dass das hauptfeld hier hinterher fährt ja jetzt hat boah mal das heft hier abgegeben toni martin fährt für tumbo wismar und es hat sich eine fünfköpfige verfolgergruppe gebildet wir schauen aber mal wer hier vorne bei uns so mit dabei ist also ich gehe davon aus dass diese acht mann gruppe hier auch bestehen bleibt wir würden uns natürlich wünschen wenn wir ein bisschen vorsprung jetzt mal kriegen formulo adria holmes verona freile honoré und unsere beiden fahrer also doch auch sehr gute bergfahrer wo wir sicherlich keine chance auf den sieg haben werden aber wie gesagt mein plan ist vielleicht ein bisschen uns in der gesamtwertung da zu verbessern oder festziehen und natürlich wenn alles gut läuft nehme ich natürlich auch gerne den etappensieg mit gar keine frage die verfolger gruppe schließt jetzt auch auf goiko etea tiberi madrazo cavagna und erada so dass wir dann 13 mann vorne haben werden gleich die ausreißer gruppe befindet sich hier jetzt am ersten anstieg alto de la centenera und da fällt auch die gruppe schon direkt auseinander wo ich bin mal gespannt ob formulo und adria hier jetzt nur langsam fahren oder ob das heißt dass sie schon nicht mehr folgen können das würde mir jetzt schon sehr wundern muss ich sagen oma freile hatte jetzt auch so ein ganz kleines loch okay na gut ich meine die können natürlich auch nicht immer attackieren vielleicht haben wir dann doch bessere karten mit unseren beiden jungs als ich anfangs dachte die frage ist jetzt auch wie fahren wir ich glaube ich werde jetzt mauro schmidt mal in den dienst von bozo vivo stellen so jetzt wird hier um die bergpunkte gesprintet wir können natürlich mit bozo vivo auch noch ein bisschen zulegen honoré wird hier erster vor verona wir kommen jetzt noch ein bisschen näher ran einfach auch damit wir nicht den anschluss völlig verlieren aber ich denke honoré wird natürlich gleich in der abfahrt wieder aufgefahren werden ja leute all die harte arbeit natürlich wieder leider für die katz also bozo vivo fährt hier wirklich gut mit wir sind gerade am puerto de mijares noch 49 48 1 halb kilometer genauer gesagt bis zum ziel und drittbester kletterer würde ich sagen auf der etappe hinter irada verona honoré konnte hier schon nicht mehr folgen aber das hauptfeld kommt die jetzt schon angeschossen die haben die restlichen fahrer schon eingeholt sind auch nur noch eine gute minute hinter uns also da werden wir ja nie im leben hier durchkommen ich habe nur noch schon bennett mit in der gruppe ja der kann pro zu vivo dann gleich wenn er eingeholt wird ins ziel schleppen aber ich denke in der gesamtwertung werden wir wohl auch niemanden hinter uns lassen ja schade schade bozo vivo kann jetzt hier vorne auch nicht mehr mitfahren ja der wird dann gleich von der gruppe eingeholt werden und dann versuche ich ihn einfach mit bennett möglichst gut ins ziel zu eskortieren was anderes können wir hier glaube ich auch nicht machen im hauptfeld dezimiert sich das feld jetzt immer weiter bevor wir auf den gipfel hier kommen von dem michares da scheint wohl jay hindley jetzt als erster rüber zu gehen aber auch nicht mit viel vorsprung denn dahinter kommen dann pools thomas und kathy lennart kemner konnte aber nicht ganz folgen also da reist jetzt ein loch und es ist kein geschlossenes feld mehr jeder kommt hier zu einzeln rüber kann man hat auch keine helfer mehr an seiner seite das könnte also auch wieder ein schlechter tag für den deutschen seien wobei sich natürlich erst einmal die frage stellt wo ist tobias voss und tobias voss ist hinter lennart kemner jetzt auf diesem kurzen flachstück hat sich jetzt hier ein bisschen was wieder zusammengefunden aktuelle rennsituation vorne vier mann gruppe cool sind le kassi 45 sekunden dahinter eine vier mann gruppe kemner hingegaard frau andersen ohne summit hier und dann knapp dahinter eine elfköpfige gruppe die wird jetzt glaube ich gleich zu kemner wieder aufschließen viele helfer von ef simon geschke den martinez losanstieg der ist nicht besonders schwierig 5,2 kilometer 5,4 prozent maximal 8,8 bin mal gespannt ob sich jetzt von denjenigen hier jemand absetzen kann überhaupt es sieht aktuell nicht so danach aus die sind jetzt hier zu viert über den berg drüber gegangen und fahren jetzt hier auch zu viert in richtung ziel die haben schon zweieinhalb minuten rausgefahren wahnsinn also dahinter haben wir eine zweimal gruppe summity und hingegaard und dann so eine große wo auch lennart kemner drin ist und niemanden mehr hat der für ihn fährt also kemner könnte vielleicht sogar rot verlieren an garen thomas oder so oder der hintley sorry ihren sprint alle recht gleich auf aber thomas gewinnt wohl vor hintley pools und ukathy dann kommt erst mal wirklich eine ganze zeit lang nichts hingegaard sprintet hier jetzt summit hier ab aber schon fast drei minuten lennart kemner kommt jetzt mit schätzungsweise vier minuten fast rückstand rein ui da ist ja doch noch mal eine krasse wendung im gesamtklasse maut drin selbst wenn sein erster kontrahent mit voss hier auch noch mal bestimmt eine minute zurück ist und so vivo kommt gleichzeitig mit voss rein das ist eigentlich an sich gut aber wir sind schon ja fünfeinhalb minuten leider zurück in der gesamtwertung bedeutet das nun folgendes jay hintley übernimmt rot 16 sekunden vor thomas und 24 vor lennart kemner also noch mal komplett auf den kopf gestellt jetzt ein dreikampf ich befürchte ja wenn kemner jetzt einbricht vielleicht ist sein formhöhepunkt weg dann wird das nichts mehr außer er hatte nur einen schlechten tag und kann noch mal zurückkommen es bleibt auf jeden fall sehr sehr spannend oder es wird noch mal deutlich spannender als bislang der fall war muss ich sagen ukathy ist auch erstaunlich nah noch mal herangekommen er war ja schon sechs minuten weg ich kann mich noch daran erinnern dass er mal zehnter war mit über sechs minuten es ist ja nur noch bei 1,57 also vielleicht kann er spät noch mal was machen auch in wordpools wahnsinns aufholjagd sechster rang mit zwei minuten 47 also meine fresse hier wird echt noch mal alles durcheinander gewirbelt zu vivo aktuell 19 mit 16 minuten das soll es jetzt zunächst einmal gewesen sein für diese folge in dem nächsten teil geht es dann natürlich weiter mit lavuelta 2021 sowie dann auch mit dem auftakt der bankbank tour wir nähern uns also stetig dem saison finale dann vor wir dann in die zweite saison starten werden da freue ich mich schon mächtig drauf und ich hoffe ihr seid natürlich auch dann wieder dabei sowohl im nächsten part als auch wie gesagt in der nächsten season schaltet gerne wieder ein wenn es heißt mr luke zock pro cycling manager 2021 wenn euch das video gefallen hat gebt mir gerne einen daumen nach oben und abonniert den kanal macht's gut und bis zum nächsten mal bis dahin tschau